Salve und herzlich willkommen! Wenn du dieses Video eingeschaltet hast, bringst du wahrscheinlich schon ein paar Voraussetzungen mit. Du kennst dich vermutlich schon aus mit der Bildung des V-Perfekts und auch die Endungen des Perfekts sind dir bekannt. In diesem Video lernst du weitere Arten der Perfekt-Bildung kennen. Um dir die verschiedenen Perfekt-Bildeweisen vorzuführen, nehmen wir einmal ein Quatschwort, zum Beispiel Quatscho. Dieses Wort existiert natürlich nicht, aber man kann an ihm ganz gut verdeutlichen, welche Perfekt-Bildeweisen es gibt. Aktuell sieht es noch aus wie eine Erstperson Singular Präsens, wie du an der Endung O erkennen kannst. Um es umzuwandeln, brauchen wir jetzt noch unser magisches Perfekt-Pulver. Schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir es über das Wort Quatscho streuen. Aus dem Quatscho ist ein Quatschui geworden. Die Endung i für das Perfekt kennst du schon. Neu ist allerdings das U. Dieses U kennzeichnet das sogenannte U-Perfekt. Ganz logisch. Probieren wir es erneut. Wir nehmen Quatscho und streuen Pulver darüber. Hm, aus dem Quatscho ist ein Quatschsi geworden. Hier tritt neu ein S hinzu. Es handelt sich hierbei also um das S-Perfekt. Versuchen wir es erneut. Hier ist deutlich mehr passiert. Aus dem Quatscho ist ein Qua-Quatschi geworden. Der Anfang des Wortes hat sich verdoppelt. Diese Verdoppelung nennen wir auch Reduplikation und darum heißt dieses Perfekt Reduplikationsperfekt. Wir haben noch Pulver übrig. Schauen wir, was passiert. Aus Quatscho ist Quatschi geworden. An dem Strich über dem A kannst du erkennen, dass das A lang gesprochen wird, also gedehnt wird. Darum heißt dieses Perfekt Dehnungsperfekt. Für einmal reicht das Pulver, glaube ich, noch. Probieren wir es aus. Hm, was ist denn hier passiert? Eigentlich hat sich gar nichts verändert. Natürlich ist aus der Präsensendung die Perfektendung geworden, aber ansonsten hat sich der Stamm nicht verändert. Darum heißt dieses Perfekt auch Perfekt ohne Stammänderung. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal überprüfen, ob sich unsere Beobachtung auch bestätigen lassen. Ich lese dir zunächst einmal die Sätze vor. Markus, Magister me monuit. Claudia, Nun bist du an der Reihe. Versuch einmal die Sätze im Perfekt zu übersetzen. Achte ganz besonders auf die Vokabelangaben am Rand. Besonders bei Satz 2 wird das wichtig. Vielleicht magst du im Übersetzen auch schon einmal darauf achten, welche Perfektbildung hier jeweils vorliegt. Als Erinnerung hast du hier noch einmal die Perfekt-Bildeweisen eingeblendet. Halte das Video jetzt an, um die Sätze zu übersetzen. Wenn du fertig bist, kann es weitergehen. Bist du gut mit der Übersetzung zurecht gekommen? Jetzt sollen wir das einmal vergleichen und direkt auch auf die Perfekt-Bildeweisen schauen. Der erste Satz lautet übersetzt. Markus sagt, der Lehrer hat mich ermahnt. Aus Monere wird Monuit. Hier ist eindeutig zu erkennen, da ist ja ein U, das ist also das U-Perfekt. Claudia fragt, Bist du etwa nicht freundlich gewesen? Hui, was ist denn hier mit Esse passiert? Du weißt, das Wort Esse hat auch im Präsens schon so seine Eigenheiten. Im Perfekt nimmt es eine ganz andere Form an und hat den Stamm Fuu. Die Endung ist ja bekannt. Markus sagt, ich habe einen Ball geworfen. Aus Mitte wird Miesi. Sofort fällt dir sicherlich das S auf, aber schau auch mal auf das I. Das wird hier gedehnt. Es findet also eine Vermischung statt aus dem S-Perfekt und dem Dehnungs-Perfekt. Die Freunde sagen, deshalb hat der Lehrer auch uns getadelt. Wenn wir auf Reprehended schauen, sehen wir, da ist gar keine Veränderung im Vergleich zum Präsensstamm. Es ist also das Perfekt ohne Stammveränderung. Claudia fragt ganz besorgt, was hat der Lehrer gemacht? Aus Fakara wird Feket. An dem Längenstrich siehst du schon wieder, hier ist eine Dehnung. Zusätzlich fällt dir sicherlich auf, dass aus dem A plötzlich ein E wird. Darüber reden wir gleich nochmal. Und der sechste Satz lautet, die Freunde sagen, er hat uns viele Aufgaben gegeben. Aus Darre wird hier deadet. Sicherlich ist dir sofort aufgefallen, dass hier plötzlich zwei Ds sind und somit handelt es sich um das Reduplikations-Perfekt. Gut, grundsätzlich können wir sagen, ja, unsere Beobachtungen stimmen. Allerdings müssen wir sie noch etwas ergänzen. Denn wenn wir zum Beispiel auf Quatsch-C noch ein bisschen mehr Perfekt-Pulver streuen, erhalten wir Quatsch-C. Das heißt, mehrere Perfekt-Bildeweisen können auch kombiniert werden. Hier Dehnungs-Perfekt und S-Perfekt. Oder streuen wir auf Quatsch-C noch ein bisschen mehr Pulver. Erhalten wir Quatsch-C. Das Dehnungs-Perfekt geht also manchmal einher mit einem Lautwechsel. Darauf muss man achten. Und ein Wort, das uns sowieso schon immer begleitet als etwas Besonderes, ist Sum. Drehen wir hier darauf ein bisschen Pulver. Erhalten wir Fui. Der Perfekt-Stamm von Esse lautet also Fu. Das natürlich zum U-Perfekt hinzuzurechnen ist. Der Übersicht halber wollen wir das noch einmal in einer Tabelle festhalten. Beginnen wir mit dem U-Perfekt am Beispiel von Monere. Du erkennst es daran, dass am Ende des Perfekt-Stammes ein U steht. Ebenfalls mit U gebildet wird Esse. Allerdings ändert sich der Stamm hier auf Fu. Das S-Perfekt erkennst du am S-Laut am Ende des Perfekt-Stammes. Das muss nicht immer ein S sein, manchmal ist es auch ein X. Das Reduplikations-Perfekt erkennst du an der Verdoppelung am Anfang. Als Beispiel haben wir Darre genommen, im Perfekt haben wir plötzlich zwei Ds. Beim Dehnungs-Perfekt wird der Vokal im Perfekt-Stamm gedehnt. Manchmal verändert er sich auch. Wie auch in unserem Beispiel Fakere, Feki. Und schließlich haben wir noch das Perfekt ohne Stammveränderung, da unterscheidet sich der Perfekt-Stamm nicht vom Präsent-Stamm. Am besten hältst du das Video jetzt einmal kurz an, um diese Tabelle abzuschreiben für deinen Grammatik-Ordner. Alles abgeschrieben? Gut, dann können wir weitermachen. Halten wir noch einmal schriftlich fest, was wir alles herausgefunden haben. Das Perfekt besteht aus Perfekt-Stamm und Perfekt-Endung. Der Perfekt-Stamm wird auf unterschiedliche Weise gebildet. Die erste Person Singular-Perfekt muss gelernt werden, damit wir diese Bildeweise auch im Kopf haben. Folgende Arten der Perfekt-Bildung gibt es das V-Perfekt, das U-Perfekt, das S-Perfekt, das Reduplikations-Perfekt, das Dehnungs-Perfekt, das zum Teil mit einem Lautwechsel erscheint, und das Perfekt ohne Stammveränderung. Der Perfekt-Stamm von S lautet FU. Die Perfekt-Endungen sind für alle Perfekt-Bildeweisen gleich. Schreib dir doch auch diese Folie bitte ab in deinen Grammatik-Ordner und halte dazu das Video an. Ich warte so lange auf dich. Okay, wir haben es fast geschafft. Ich habe dir gesagt, dass man die erste Person Singular-Perfekt mitlernen muss. Ich zeige dir mal, wie ich in mein Vokabelheft schreibe. Und zwar schreibe ich die Grundform auf, monere. Dann kommen die Stammformen, monio, monui. Das ist also die erste Person Singular-Präsens und die erste Person Singular-Perfekt. Dann schreibe ich mir noch die Bedeutung auf, ermahnen. Genauso mache ich das bei den weiteren Formen. Du siehst, die erste Person Singular-Perfekt steht immer mit dabei. Und ein ihr kann ich auch ablesen, welche Perfekt-Bildeweise vorliegt. Wenn du das auswendig weißt, kannst du alle anderen Formen im Perfekt bilden. Du musst ja nur noch die Endung austauschen. Du magst jetzt am Anfang vielleicht denken, oh je, so viel muss ich noch zusätzlich lernen, aber glaub mir, so schwer ist das gar nicht. Es gibt ja auch noch Regelmäßigkeiten. Bei der A-Konjugation weißt du zum Beispiel, dass ganz regelmäßig das V-Perfekt gebildet wird. Und bei der E-Konjugation wird sehr häufig das U-Perfekt gebildet. Mach dir also keine Sorgen, notiere die Stammformen einfach sorgfältig und lerne sie mit. Und damit wären wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Aber nur fast, denn jetzt kannst du mit einem kleinen Quiz noch einmal überprüfen, ob du alles verstanden hast. Es öffnet sich ein kleines Fenster, wo du ein paar Fragen beantworten sollst. Das ist nur für dich zur Selbstüberprüfung. Wenn du noch ein paar Fehler gemacht hast, ist das gar nicht schlimm. Schau dir doch Teile des Videos oder das ganze Video noch einmal an. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt besser. Wenn du allerdings immer noch Fragen haben solltest, frag doch in der nächsten Lateinstunde deine Lehrkraft. Wenn du alles richtig gemacht hast, dann ist das schon sehr gut. Weiter so. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.